Heidi Klum und Tom Kaulitz, Trennungsgrundalter? Sie spricht ganz offen. Heidi Klum hat mit Tom Kaulitz ihren Traummann gefunden. Doch es gibt einen Haken. Die beiden haben einen großen Altersunterschied. Wird ihre Ehe die nächsten 20 Jahre überstehen? Heidi Klum, 50, und Tom Kaulitz, 34, sind immer noch verliebt wie am ersten Tag. Das erste Mal überhaupt habe ich das Gefühl, einen echten Partner zu haben. Jemanden, mit dem ich alles teilen kann, schwärmte sie gegenüber dem People-Magazin. Doch hat ihre Ehe ein Ablaufdatum? Schließlich trennen die beiden 16 Jahre. Jetzt spricht Heidi offen über den Altersunterschied. Heidi Klum, ich weiß, dass ich schneller älter aussehen werde als er. Immer wieder kritisieren Leute in den sozialen Netzwerken, dass Tom viel zu jung für Heidi ist. Ich glaube, oft ist es einfach Gehässigkeit, sagt sie jetzt im Interview mit Glamour Germany. Vielleicht denken auch viele, ich hätte schon zu viel Glück im Leben gehabt. Heidi Klum, ich habe einen super Job, ich darf in der Welt rumreisen, kann mir teure Sachen kaufen. Jetzt habe ich mir auch noch so einen tollen Mann geangelt. Heidi weiß, dass sie keine junge Frau mehr ist und sich das auch nicht mehr ändern wird. Ich bin 50 und keine 20 mehr. Ich bin kein junges Mädchen, das noch nichts erlebt hat oder keine Ahnung vom Leben hat. Die Zeit wird für mich nicht stehen bleiben, und Tom wird mich nie einholen, gibt die GNTM-Chefin zu. Ich weiß, dass ich schneller älter aussehen werde als er. Ob das zum Problem wird? Vielleicht ist es in 10 Jahren ein Problem für mich, vielleicht gefällt es ihm dann nicht. In 20 Jahren bin ich 70, doch daran will Heidi jetzt noch nicht denken. Normalerweise plane ich die Zukunft. Mit meinem Mann lebe ich im Hier und Jetzt. Wie geht's jetzt? Du.